Julian Nagelsmann, er genießt in Südtirol Vor knapp zwei Wochen trennte sich der FC Bayern München von seinem Trainer Julian Nagelsmann, 35. Dieser hat die neu gewonnene Freizeit für einen Urlaub genutzt. Ein von einem Luxus-Resort in Südtirol veröffentlichtes Foto zeigt den Ex-Coach gut gelaunt vor dem Hoteleingang. In einem rot-weiß karierten Hemd, einer schwarzen Jeans und schwarzen Sneakers posiert er mit dem Eigentümer und seinen beiden Söhnen. Lieber Julian, wir freuen uns, dass du zusammen mit deiner Familie wieder ein paar schöne Tage bei uns im Quellenhof verbracht hast. Lautet die Bildunterschrift. Man freue sich auf ein baldiges Wiedersehen und wünsche Nagelsmann und seiner Familie alles. Alles Liebe. Wie aus einem Blog-Eintrag des Hotels hervorgeht, ist Nagelsmann dort Stammgast. Seit Thomas Duchel, 49, bei Bayern übernommen hat, hat sich Nagelsmann in der Öffentlichkeit rar gemacht. Zu seiner Entlassung äußerte er sich ebenso wenig wie zu seinen Zukunftsplänen. Julian Nagelsmann war im Sommer 2021 zum FC Bayern München gekommen. In seiner ersten Saison als Trainer hatte er mit der Mannschaft die deutsche Meisterschaft gewonnen. 2021 und 2022 den nationalen Supercup. Auch privat musste Nagelsmann vor kurzem eine Trennung hinnehmen, im Sommer 2022 beendeten er und seine Frau Verena nach 15 Ehejahren ihre Beziehung. Aus dieser gingen zwei Kinder hervor. Mittlerweile ist Nagelsmann mit der Journalistin Lena Wurzenberger liiert. Untertitelung im Sommer 2021 Werner Vielen Dank.